Ein Beispiel zur Drohung nach §123 Absatz 1 Variante 2. A möchte das Arbeitsverhältnis mit B beenden. Er sagt zu ihm, gegen dich läuft ein Strafverfahren, du musst mit baldiger Verhaftung rechnen. Daraufhin kündigt B das Arbeitsverhältnis. A hat jedoch keinen Einfluss auf das Übel geltend gemacht, somit liegt keine Drohung vor.